Für die, die sich noch dran erinnern oder dabei waren im letzten Stream, wir sind ja von hier oben rausgekommen. Und da oben war ja der Schrein der Schlange, wo wir ja an der großen Schlange, die in Sekiro ja nur allzu bekannt ist, sind wir vorbeigelaufen. Was ein bisschen riskanter war, um es mal so zu formulieren. Es war kritisch, aber es hat funktioniert. Und ja, jetzt sind wir hier in dem Gebiet, dessen Name ich gerade noch nachgucken muss, weil ich den vergessen habe. Wir sind im Rasten anscheinend. Nein, ich wollte... Wir sind in den Tiefen von Ashina, beim Giftbecken. Weil vorher war es ja, dass wir in das versunkene Tal gekommen sind, von der Ashina Burg aus. Und von da, und da ist einem die Schlange halt mehrmals begegnet. Es ist mal in den Tiefen von Ashina im Giftbecken. Auf der Suche nach der weißen Blume, die angeblich den Fluch der Unsterblichkeit auf... Oh nein, ich will nicht im Gift verrecken. Den Fluch der Unsterblichkeit auflösen kann. Keine Ahnung, ist auflösen da das richtige Wort? Ich weiß es doch auch nicht. Was sind das hier für Gegner? Zum Glück welche, die nicht so super viel aushalten können. Ach, die sind einem doch schon im Versuch mental begegnet, glaube ich. Magnetitschrott. Oh ja, stimmt. Warte mal, schwarze Schießpulver. Weil mich das Zeug hier dran erinnert. Und ich glaube, ich kann jetzt mittlerweile einige Verbesserungen für die Prothese machen. Dadurch, dass ich jetzt ordentlich Magnetitschrott habe. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, da war irgend sowas in der Richtung. Und dementsprechend kann man sich ja das mal ansehen. Hey Pizza, wie geht's? Shinobi-Prothese zeigen und verbessern. So, weil... Ich könnte ein verbessertes Zapimaru... Was war nochmal Zapimaru? Ach, das war dieses Giftmesser. Okay, ja. Ich könnte das federgeladenes Flammenrohr machen. Könnte den großen Fächer verbessern. Ne, ich könnte gerade so viel verbessern, ne. Das ist echt unglaublich. Ich habe nur 94 Gold. Naja, theoretisch habe ich ja sogar mehr. Wegen, äh... Den großen... Ich benutze tatsächlich jetzt mal den vollen Goldsack. 1000 habe ich mir fast schon gedacht. Ich bin gerade nur am überlegen, welche Prothesenverbesserung ist denn sinnvoll? So nach dem Motto, welche Prothesen benutze ich denn überhaupt? Die Sache ist, ich habe Bock auf die Funkenaxt. Deswegen würde ich vielleicht darauf hinskillen. Aber ich benutze weder den... den Fächer noch den Langfunken. Ah, ich muss sowieso erst mal das federgeladene Feuerwerk machen. Was ist denn da der Unterschied? Gefährtes Feuerwerk. Lad den Fehrmechanismus auf, um einem Schießpulver in alle Richtungen zu entfesseln. Uh. Ja gut, dann mache ich doch zuerst mal das. Ach, die, die weiß markiert sind? Die, äh... kann ich schon machen. Okay. Was hältst du eigentlich von Spielen, die du nur Episoden... äh... die nur episodenweise auf YouTube hochlädst? Was meinst du da? Und was ich davon halte? Das, äh... mache ich ja schon. Ich weiß gerade, äh... nicht genau, was du meinst, Pizza. Ehrlich zu sein. Information der Stufe 5. Okay, was auch immer das bedeutet. Also nur auf YouTube. Wenn ich nicht streamen, aber so 20 Minuten Folgen auf YouTube hochlädst. Das habe ich schon überlegt. Also das ist eine Sache... Das ist ein Gedanke, mit dem ich schon länger spiele. Weil es gibt halt Spiele, die sehr Story-lastig sind. Und die auf Twitch zu streamen, ist in gewisser Weise unpraktisch. Gerade sowas wie längere JRPGs, auf die ich halt wirklich Lust hätte. Ist halt so die Sache. Ähm... Kann ich die gut auf... Die kann ich halt schlecht auf Twitch bringen. Das ist mein persönlicher Gedanke da immer. Warte, nicht verfügbar nicht. Oh, weil ich den Magnetitschrott jetzt schon für die anderen ausgegeben habe. Ja, siehst du auch so. Ich glaube, das war nämlich auch mein, in Anführungszeichen, Fehler bei Sinoplate. Ich hätte es bringen können, ja. Aber dann, äh... Nicht im Stream. Das ist ein Fehler, den ich mir eingestehen muss. Ich hätte es am besten in so einer... In so einem Let's Play Format gemacht. Ich habe auch schon überlegt, einen separaten Channel für zu machen. Nur, dann war mein anderer Gedanke so, okay. Und, äh, wann mache ich das jetzt? Wann mache ich das jetzt? Ja, prinzipiell ist das eine Sache, die habe ich mir schon überlegt und bin ich tendenziell nicht abgeneigt. Nur, weiß halt nicht genau wann. Ist jetzt eine Sache, die, äh... Die werde ich einfach machen, wenn ich Zeit und Motivation habe. Ich meine... Seid nicht überrascht, wenn da diese Woche noch was kommt. Weil ich habe diese Woche mir komplett frei, selbst, persönlich frei von der Uni genommen. Das heißt, wenn ich da irgendwas einrichte, dann tendenziell diese Woche. Nur, damit ihr da mal so, äh, Bescheid wisst. Und wie gesagt, ich... Ich war sogar im Überlegen, das dann komplett auf JRPGs zu fokussieren. Und dann eventuell auch Kingdom Hearts dahin zu verlagern, aber da war ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Warte, hier ist noch einer triggert auf mich. Aber wo ist der? Warte! Okay, da war der also. Nee, nee, das lasse ich mir nicht bieten, Kollege, das lasse ich mir nicht bieten. Oh mein Gott, das ist ein Boss! Es kam unerwartet, dass das ein Boss ist. Yes! Weil die Sache ist halt, so bei Kingdom Hearts, ich mein, Kingdom Hearts 1 im Stream zu spielen, war okay. Drei Fäulnis-Essenzen beieinander, what the hell? Kingdom Hearts 1 im Stream zu spielen, war okay, weil Kingdom Hearts 1 hat jetzt nicht so eine, sag jetzt mal, äh, starke Story, dass ich sagen würde, ja, das muss, äh, das sollte man on-stream durchspielen. Oder dass das alles, äh, sehr off-on-stream ausgelegt ist, dann, das muss bei Kingdom Hearts 1 nicht sein. So, wo ist das Schlangen- da ist das Schlangenauge. Ja, sehr gut. Doro, Olli! Da hinten ist noch wer auf mich getriggert. Ah, shit, der ist da oben. Schlechte Idee, sehr, sehr schlechte Idee. Unangenehm. Verdammt, ich wollte eigentlich sterben. Ich bin zu inkompetent zu sterben manchmal. Muss man auch erst mal so hinbekommen. manchmal drücke ich halt echt geistesabwesend die falsche Schultertaste und dann, und dann sterbe ich nicht oder dann belebe ich mich wieder oder sterbe aus Versehen. Das passiert mir eigentlich viel zu oft. Was heißt, das passiert mir eigentlich viel zu oft? Ja gut, dann muss ich jetzt einfach gucken, wie ich das hier jetzt so überstehe, ne? Ohne, dass mir ins Gesicht geschrotet wird. Hab gehört, das soll nicht so angenehm sein. Warte, das hier ist jetzt das Schlangenauge, ne? Ja, das ist das Schlangenauge. Verdammt. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen so ein Thema, über das habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Mein Hauptproblem ist eigentlich eher, wie soll ich die Zeit dazu finden, so ein eigenes Play Channel zu machen. Und ja, wie gesagt, ich habe mir da schon einiges überlegt. Vor allem kannst du dich nur auf die thematischen Spiele fokussieren, nicht, dass es auf Twitch schlecht ist, aber man wird oft abgelehnt von diversen Themen im Chat, wo 40 Minuten anstrengend sein können. Kommentare sind dann voll von uns. Ja, die Sache ist halt, ich merke, ich merke halt auch, die wieder hochgeladenen Streams, die schaut sich halt keiner an, weil die meisten, die es interessiert, waren halt eben im Stream dabei und beziehungsweise einen Stream wieder anzusehen ist oftmals eine größere Hürde für die Leute, als sich was Neues anzusehen. Was, was extra für On-Demand-Programme produziert würde, sozusagen. Denk mal, das ist auch relativ normal. Weil ich, ich sehe ja, ich sehe ja selbst, weil ich schaue ja ab und zu mal auch in YouTube in die Statistiken rein, ne. Da muss ich halt sagen, da sind halt 80% meiner Views kommen von nicht, kommen von Leuten, die mich nicht abonniert haben. Ich meine nicht, dass mich stört, das freut mich, aber das heißt auch irgendwie, dass dann so 20 Views im Monat von Leuten, also, ne, nicht im Monat, aber 20 Views in zwei Wochen von den Leuten kommen, wegen denen ich den Archivkanal auf YouTube eigentlich gemacht habe. Das sollte halt eigentlich nicht so sein. also das war halt nicht der Gedanke dahinter. Für mich persönlich. Und ich mache da auch niemanden Vorwurf, weil niemand, niemand ist verpflichtet, irgendwo reinzuschauen. Ist ja klar. Das will ich damit auch definitiv nicht sagen. Ich sage nur, äh, joa, hatte ein, es haben hauptsächlich andere Leute zugesehen, als ich gedacht habe. Das war das, was ich damit sagen wollte, mehr oder weniger. Und das hat, und das ist ein Satz, den ich, den ich auch schon oft, äh, zu, äh, von YouTubern gehört, habe, die dann sagen, dass die auch, dass die auch die Erfahrung haben, oder so, Leute, die halt, äh, Let's Plays hochgeladen haben, dass die, die Erfahrung haben, gemacht haben, dass, dass die meisten Leute, die, die Let's Plays eigentlich sehen wollen, wenn sie auch als Let's Plays gedacht sind. Und das, äh, so in der Community von Leuten, die Let's Plays schauen, halt auch Stream-Uploads ein bisschen verpönst sind, um es mal so zu sagen. Da ist halt wirklich die Frage, ob ich meinen Arsch dazu hoch bekomme. Auf gut Deutsch gesagt. Aber ich denke mal, es ist vielleicht, es ist vielleicht auch, ähm, wie soll ich sagen, Ich meine, ich bin jetzt, wie ihr ja wisst, bin ich jetzt nicht unbedingt darauf aus, dass, um jeden Preis mehr Zuschauer auf Twitch zu haben, aber, wenn sich dadurch halt noch mehr Leute finden, die so ein bisschen wie ihr seid, ich meine, warum nicht, ne? Würde ich nicht Nein zu sagen. Darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, ich weiß, ich weiß ja auch, dass, ähm, auf, dass, ich meine, ihr wisst ja auch, so rum. Ne, warte. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah doch, jetzt habe ich den Faden wieder. Ich weiß ja auch, dass ich sowieso nie, ähm, unkaublich viele Zuschauer auf Twitch haben werde. Aber ich denke mal so, ab und zu mal noch eine Person hier im Chat mehr, mit der man sich gut unterhalten kann, kann ich schaden. Um es mal so zu sagen. Und, um mal gerade nochmal auf das Gameplay einzugehen, ne? Wie habe ich eigentlich gerade, gerade bei dem einen Mal, dem Shira Hagi, den ersten Balken abgezogen, praktisch ohne mich zu heilen? Das hat mich gerade sehr verwirrt. nie voll werden, außer bei den eigenen, ja gut. Ich meine, mein Hauptaugenmerk wird halt auch eindeutig der Stream bleiben, da brauchen wir nicht drüber reden. Nein! Streamen wird für mich, denke ich mal, das Wichtigste bleiben, weil, es war ja für mich auch eine bewusste Entscheidung, mit dem Streamen und nicht mit Let's Plays anzufangen. Einfach, weil, mir die direkte Interaktion, jetzt sage ich jetzt mal, wichtiger ist. Das war für mich da auf jeden Fall das Hauptkriterium. Aber, wie gesagt, ich habe auch gemerkt, manche Spiele, manche Spiele haben besser das eine Format und manche das andere. Ich muss halt tatsächlich sagen, Life is Strange ist ein bisschen ein Zwischending. Ich meine, es funktioniert gut im Stream. Life is Strange ist so eine der Spiele, bei denen, bei denen ich sagen muss, äh, da funktioniert es halt mit beidem. Oh mein Gott, ich habe ihn fast. Nein! Ein Hit! Ein Hit hat mir gefehlt. Ja, ein Hit hat mir gefehlt. Du kommentierst nur seit YouTube-Videos, ja. Rippt. Mhm. Kann man nichts dran machen. Wäre nicht so, als hätte ich noch die hier Möglichkeit, ich hatte halt noch die hier Möglichkeit, das war ja noch das Traurige. Wurde noch nicht bemerkt. Oh, oh nice. ist auch auf YouTube kaum noch aktiv. Ja, das war ein bisschen der andere Faktor, den ich noch bedacht habe. Dass man, dass es kein Geheimnis ist, dass man mit, äh, Twitch auch einfach mehr Leute erreichen kann. heutzutage. Würde ich zumindest sagen. Ah, da kommt der Schlangenauge. Oh, das war knapp. Aber ich finde es irgendwie schade, dass der Miniboss hier so ein bisschen ist wie der andere Schlangenaugen-Miniboss. Also, dass die wirklich sehr ähnlich sind. Ihr erinnert euch, äh, für die, die im letzten Stream waren, da war ja ein Miniboss, der war, der funktionierte ja eigentlich genauso, hatte dieselben Attacken drauf und so weiter. Oh, nice. Ja, die sind schon sehr, äh, ähnlich. Aber ist egal, ich hab's geschafft. Jetzt geh ich erstmal zurück und heal mich. bei den Heal-Items, die mir gerade fehlen, äh, warte, wieso kann ich mich jetzt nicht da ran schwenken? Danke, danke, Leute, danke, danke. Uh, ich kann dann hier oben auf den Kopf. Fehlt auch ein bisschen die Interaktion, aber war ja nicht so gemeint, dass du wechselst und halt ein bestimmtes Spiel, die passen nur auf YouTube hochlädst. Fragen für beide Seiten. Ja, das ist ein guter Ansatz. Wie gesagt, ich, äh, werd den, denke ich, auch mal verfolgen. Beziehungsweise, wie gesagt, es ist so ein bisschen geplant, den zu verfolgen, den Ansatz. Und ich denke mal, das werde ich dann auch tun. Aber, das, bei mir ist halt so ein bisschen, gibt so ein bisschen ein Problem. Nämlich, ich glaube, das kennen die ja mittlerweile von mir, dass ich mir irgendwie 10.000 Sachen in meinem Leben vornehme und dann überfordert, und dann so ein bisschen, so minimal überfordert bin, weil ich nicht weiß, welche von den Sachen ich jetzt eigentlich genau machen soll. Aber ja, ich denke, das ist eine Sache, die werde ich, die werde ich durchziehen. Ich weiß ja, ich habe dieses Semester mehr Freizeit. Dann kann ich das ja theoretisch einfach miteinander verbinden. Ich bin nur dann am überlegen, mit was ich dann sozusagen anfangen soll. Oh, ein schwerer Geldbeutel. Nice. Oh, Leck. Ich hatte gerade fast Standbild gehabt. What the hell? Aber ich finde schon, wie ich gerade fast die ganze Zeit einfach überhaupt nicht über das Spiel geredet habe und es hat eigentlich nicht gestört, finde ich zumindest, dass ich nicht über das Spiel geredet habe. War auch mal schön. Wie so ein bisschen off-topic hier. Unterwegs zu sein. Aber ja, ihr kennt mich ja. Und es ist auch nicht so ungewöhnlich, wenn ich mal so eine halbe Stunde, wenn ein gutes Thema da ist, nicht über das Spiel rät. Ist ja auch nichts Neues. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Hier ist nur ein Item. Hoffentlich ein gutes. Magne-Cheatschrott. Okay. Solide. Ah, da oben geht es weiter. Entscheidend, oder? Habe ich das gerade echt übersehen? Ich meine, ich war doch hier. Hier geht es. Ah, ich war nicht ganz oben. Ah, das erklärt es natürlich. Oh mein Gott, hier muss man ja Zentimeter genau springen. Eine weitere Statue. Okay. Ist sonst Beruhigungsmittel? Aber hier ist, ist hier sonst wirklich überhaupt nichts? Was der hell? Ja doch, hier ist ein eingestürzter Gang. Auch interessant. Da bin ich beim Spiel hier manchmal so ein bisschen verwirrt, dass es all, dass dann einfach gar nichts da ist und du sitzt da so und denkst dir, hä, irgendwie kann das nicht sein. Muss doch irgendwas sein. Spiel so, hier ist nichts. Geh bitte weiter, aber hey, das ist so generell eine Sache, die man von Videospielen kennt, würde ich sagen. Wieso ist da eine riesige Blutlache, die da runterführt? Wähler, spielen wir da etwa Angst machen. Das Schlimme ist, es funktioniert. Weil ich jetzt wirklich... Also wenn das kein Bossfight ist mit dieser Arena hier, dann weiß ich es aber auch nicht mehr. Das ist so eindeutig ein Bossfight. Oder doch nicht. Hier ist gar nichts. What the hell? Was ist das für ein Loch? Da gibt es nur einen Superdrang zu finden. Aber vor allem, ne, das Blut wurde bis hierhin geschleppt und dann nichts mehr. Das beunruhigt mich gerade sehr. Auch, dass überhaupt keine Musik nichts war. Sekiro ist stellenweise echt ein bisschen wie ein Horrorspiel. Das hab ich ja schon mal gesagt und jetzt merke ich schon wieder. Wirklich manchmal so leichte Horrorelemente. Ich meine, hört euch nur diese Musik gerade an. Diese unheilvolle, düstere, leise Musik. die es so anhört, dass es gleich irgendwas aus den Schatten springen würde und einen angreifen. Aber hier ist auf jeden Fall die nächste Bildhauer-Statue. Der verborgene Wald. Okay. Das beunruhigt mich gerade alles etwas. Ich raste. Sagt ihr das kommende Spiel Black Myth Wukong was? Hab ich schon gehört, ja. Oh nein. Bin hier runtergefallen. Warte. Kannst mal aufhören falsche Leute anzuvisieren, danke. Kämpfe ich hier gegen tote Samurai? Das gefällt mir aber gerade gar nicht. Woher kam der denn bitte? Ich hab absolut keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Mir gefällt halt wirklich nicht, dass ich hier runtergefallen bin, aber jetzt muss ich mich hier durchkämpfen. Am besten einfach durch sneaken. Weil das ist eine Sache, die appreciate ich wirklich an C-Kilo im Gegensatz zu anderen Formen Software spielen. Dass man sich hier an alle Sunneden gefühlt ansneaken kann und sich dadurch einen Vorteil beschafft. Als jemand, der gerne taktisch vorgeht in Videospielen ist das was sehr Solides muss ich sagen. Ich gehe gerne taktisch vor, sagt der Typ, der gerade komplett von zwei Geistern in die Mangel genommen wurde. Und ich finde es auch echt interessant, dass man die Stellenweise halt echt nicht sieht. die tauchen halt wirklich aus dem Nichts vor einem auf. Bisschen scary ist das. Oh, da vorne ist ein Boss. Oh, das ist einfach ein Boss. Ich habe genau die zwei Lebensbalken da gesehen. Mein Lieber. Oh, ist das wieder ein Kopfloser, oder? Das ist schon wieder der Kopflose. Nein! Das durch Sneaken erinnert dich an ein Game. Welches denn? An Thief? Vielleicht? Da fällt dir eine Idee ein. Da kriegst eine Idee. Was für eine Idee ist das? Gefällt mir die Idee? Ich glaube, sie wird mir nicht gefallen. Ich glaube, sie wird mir nicht gefallen. Nach musst du tun. Okay. Dadurch habe ich jetzt mehr Heilwirkung. Nahrung Stream klingt gut, Pizza. Ich habe ja noch keine Ahnung, wie ich den Kopflosen besiegen soll. Es wirkt ein bisschen so wie ein Gegner, der jetzt einfach noch nicht Oh mein Gott. Verdammter Truthahn. Wirkt einfach wie so ein Gegner, den ich noch nicht besiegen soll. Irgendwie gefällt mir nicht, wie eng hier alles ist. Dass man hier gefühlt überall runterfallen kann. Das gefällt mir halt echt null. Aber ich kann hier Ah, okay. Hin und her bewegen hier. Bisschen kritisch. Ich war mir so sicher, ich werde jetzt runterfliegen nach dem merkwürdigen Sprung, den ich da gemacht habe. Dieser Wald hier ist echt haben sie mal wieder was sehr schön gruseliges gemacht mit dem Wald. Vor allem da unten im Nebel. Gibt angenehmeres. Pilze, die an Bäumen wachsen. So interessant. What the Vogel? Was zur Hölle? Ja, aber das Dumme ist halt, dass die meisten Pilze, die an Bäumen wachsen, jetzt für die Bäume halt nicht so geil sind. Meine ich im Kopf zu haben. Leute, die da mehr Ahnung haben, können mich da gerne korrigieren. Was in Forrest? Vogel in Sekiro? Vogel in Sekiro. Was? Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, da unten ist Loot. Aber wenn ich hier runtergehe, werde ich wahrscheinlich wieder gegen den Kopflosen sterben. Ist das mir wert? Irgendwie schon. Alles nur für Konfekt hier. Was war der Kopf? Ach, der Kopflose ist da unten. Ja gut, muss ich jetzt nur noch einen Sprung setzen, damit ich da nicht runterfalle. Oh mein Gott, das habe ich ja tatsächlich geschafft. What the hell? Kann ich hier hoch? Damit kann ich hier hoch? Bin wieder safe. Okay. Ich wäre halt so froh, wenn ich wüsste, wie ich die Kopflosen besiegen kann. Ich war ja gut, ne Vögel. Und ganz ehrlich, The Forest wird ja als Horror Survival angesehen, aber irgendwie ist Sekiro manchmal mehr Horror als The Forest. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Vielleicht liegt es auch dran, dass ich Sekiro im Singleplayer spiele und The Forest im Multiplayer. Das liegt sehr wahrscheinlich daran. Aber trotzdem. Trotzdem ist das irgendwie ziemlich interessanter. Ein ziemlich interessanter Umstand, finde ich. Oh, das steht ja noch. Kommt denn der Geist schon wieder her? Okay, habe ich mich gerade wirklich gefragt, wo ein Geist herkommt? Äh, jo, ich sag mal, ich sag mal so, ich habe mich schon intelligentere Fragen gestellt. Weil sich fragen, wo ein Geist herkommt, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil es mehr oder weniger die Bedeutung von einem Geist, dass er keinen materiellen Körper mehr hat. Adamantit-Schrott. Oh, den brauche ich für eine Verbesserung. Diesen guten Schrott hier. Ist hier irgendwer? Hier ist bestimmt irgendwer. Und? Oh mein Gott! was zur Hölle? Oh ja, ich lebe noch irgendwie, aber ich lebe noch. Die Sache ist, die Wölfe, die Hunde kann man tatsächlich am Atem erkennen. So, wo ist dieser verdammte Bogenspanner? Der ist da oben, glaube ich. Dich nehme ich mir vor, mein Lieber. Warte. Ach, da oben ist der. Hm. Bisschen kritisch dahin. Warte, da oben war ich doch gerade und der hat sich nicht gerührt, der Arsch. Sollen das? Was soll das, mein Lieber? War doch schon gerade bei dir. Uff, ja. Okay, das war eine Aktion. die ist irgendwie überlebt habe. Ich frage mich zwar selbst, wie ich das überlebt habe, aber naja, ne. Manchmal habe ich halt auch einfach Skillglück, je nachdem, wie man es nennen mag. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ich würde sogar sehr wahrscheinlich sagen, eine Mischung aus beidem. Danke, danke, Pizza, by the way. braucht man halt einfach manchmal, ne. Aber mittlerweile, aber das hat jetzt dazu geführt, dass ich hier komplett die Orientierung verloren habe. Wo ich mich denn hier jetzt eigentlich genau rumtreibe. Ich meine, ich weiß noch, dass ich hier irgend... Ich weiß nicht mehr, wo ich reingekommen bin. Vermutlich irgendwo da drüben. Ja, ich bin ziemlich sicher da drüben reingekommen. So, die Frage ist jetzt nur, was passiert, wenn ich hier links lang gehe? Weil ich war doch nicht in diesem Tempel da. Wenn nämlich in dem Tempel so eine Statue des Erbauers drin, äh, des Bildhauers drin ist, Statue des Erbauers. Ich will hieraus immer noch ein Dragon Quest Spiel machen, aber es ist keins. Oh. Das, da ist, äh, da sind Gegner, die ich nicht, die ich erstmal nicht vom Namen sehen will. Danke. Aber die, den hier, den kann ich gerne vom Namen sehen. Nicht wahr? Du auch, oder? Ja, du auch. Ich weiß doch, du willst so. So, Öl. Passt eigentlich auch ganz gut. Ich meine, ich hab kaum noch High-Items. Das ist, äh, nicht der beste Umstand, aber... ich kann mir... Spielt da jemand eine Flöte? Er ist ja gut, mein Lieber. Ich find's übrigens schön, wie er sich mit einem Schrei angekündigt hat. Bei kleiner Funfax, sonst hätt ich ihn wahrscheinlich nicht bemerkt. So war's so. Er schreit rum. Also, äh, greif ich ihn an. In der Eingang? Gibt's überhaupt einen? Wird vielleicht ein bisschen vorsteller sein und sneaken. Ah, ich muss über den Baum da rein. Shinobu-Intensive-Files. Ich weiß gar nicht, was du damit meinst, aber... Okay. Weiß nicht, ob ich verpeipe. Gut, das Spiel gibt mir gratis, äh, Aufladung. Oh nein, Hund... Wenigstens sind diesmal nicht vier, vier Hunde gleichzeitig. Das ist schon mal sehr angenehm. Muss irgendwie wieder oben hinkommen. Japanische Flöte. Ah. Shinobu-E. Oh mein Gott, ich hab mehrere Schreien gehört, das ist nicht gut. Okay, einer down. Erstmal ein Überblick über die Lage. Ich hör noch zwei... Schritte von zwei anderen Leuten. Glaub ich. Vielleicht war's auch nur der eine. Okay, ich hör keine Schritte mehr sonst außerdem. Ist schon mal sehr schön. Und ja, ich bin dazu... Ich bin dem Spiel echt dazu übergegangen, immer genau auf Schritte zu horchen. Weil man weiß... Man weiß echt nie, weil man es brauchen kann. So, ich muss aber irgendwie auf diesen Baum... Und um auf diesen Baum zu kommen, muss ich da oben an die Stelle, wo ich... Äh... An die Stelle, wo ich grad eben schon das eine Mal war, glaube ich. Ja, okay, muss ich wohl. Ich weiß, ich werd wohl den einen Tod in Kauf nehmen müssen, weil ich hab einfach nicht so viele Heil-Items, um sauber da durchzukommen. ich weiß, Vielen Dank.